Gott, der Liebe ist, ist auch das Glück, wird uns in der Lektion 103 mitgeteilt. Glück ist eine Eigenschaft der Liebe. Es kann nicht losgelöst von ihr sein, auch kann es nicht erfahren werden, wo keine Liebe ist. Die Liebe hat keine Grenzen, da sie überall ist. Und deshalb ist auch Freude überall. Und dennoch kann der Geist verleugnen, dass dies so ist, und glauben, dass es Lücken in der Liebe gibt, in die Sünde eindringen kann, um Schmerz statt Freude zu bringen. Dieser sonderbare Glaube setzt im Glück Grenzen, indem er Liebe als begrenzt neu definiert. Und einen Gegensatz in das einführt, was keine Grenzen hat und kein Gegenteil. Glück wirst du überall finden, du wirst überall Gott finden. Gott ist überall, wohin ich schaue, weil Gott in meinem Geist ist. Und wir versuchen zum Beispiel durch Geld Glück zu kaufen. Kann das funktionieren? Wenn ich irgendwie durch harte Arbeit mehr Glück kaufe? Wenn ich irgendwie durch harte Arbeit mehr Glück kaufe? Und dann wird uns sonnenklar werden, dass Geld völlig neutral ist, zum Beispiel. Und dann hören wir auf, uns an Geld zu klammern. Und schon kann es nicht mehr verloren werden. Schon wirst du es überall finden. So wie Sauerstoff. Die Welt ist völlig neutral. Völlig neutral. Und sie gibt dir all das, was du vorfinden willst. Ich gehe deshalb auf das Thema Geld ein, weil ich weiß, dass so viele mit dem Thema Geld zu tun haben. Egal, ob sie viel davon haben oder wenig. Glück ist überall verfügbar. Freude ist überall verfügbar. Liebe ist überall verfügbar. So wie der Sauerstoff. Genauso wie Geld. Ein sensibles Thema, das Geld natürlich. Darf ein Kurs in Wundern lehre über das Thema Geld sprechen? Ich erlaube mir das, weil ich es sehr genau kenne. Ich kenne mein Mangelbewusstsein und ich weiß, dass es heute überall verfügbar ist. Und ich weiß, dass es so verfügbar ist wie der Sauerstoff. Und unsere Konditionierung macht es zu einer Mangelware, für die wir arbeiten müssen. Wir gehen 13 Jahre zur Schule. Wir werden nicht gelehrt, was Freiheit bedeutet, sondern was Mangel bedeutet. Und wir werden unterrichtet, dass wir für Geld arbeiten müssen, schwer arbeiten manchmal, um dann ein bisschen Sicherheit und Glück zu kaufen. Und was wäre, wenn dies einfach nur eine weitere Konditionierung ist, an die wir uns geklammert haben? Was wäre, wenn Geld überhaupt nicht unsere Angelegenheit ist, sondern unser Denken unsere Angelegenheit ist? Eine andere Aufgabe haben wir nicht. Wir haben keine andere Aufgabe, als unser Denken über Geld, über Glück, über Beziehungen, über diese Welt vollkommen aufzugeben. Und ich kann sagen, dass dies sich genau so verhält. Unser Denken über Geld ist völlig in eine falsche Richtung gelaufen und wir haben es völlig vermasselt. Ich lade dich ein, dir für einen kurzen Augenblick, natürlich wollen wir das Glück nicht übertreiben, für einen kurzen Augenblick lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass Geld so verfügbar ist wie Sauerstoff. Es wird keine Lücke geben, genauso wie in der Liebe, genauso wie in der Freude, genauso wie im Glück. Und so gibt es in nichts, in dieser Welt, irgendeine Lücke. Alles, was du brauchst, ist immer verfügbar. Und das, was du nicht brauchst, ist nicht verfügbar. Dein Drehbuch wurde schon geschrieben. Vergiss das nicht. Und wenn du dich nur um dein Denken kümmerst und dein Denken auf eine Meta-Ebene ansiedelst, auf einer hohen Frequenz, auf einer hohen Daseinsebene, dann wird all das mühelos erscheinen, was du benötigst. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Der Sohn Gottes hat sich zu etwas degradiert, hat sich zu einem Sklaven des Egos degradiert und Geld ist natürlich ein wesentlicher Anteil davon. Das ist ein perfektes Gefängnis, das Thema Geld. Und wie fühlt es sich an? Und ich weiß, dass viele in diesem geistigen Gefängnis feststecken, weil die Konditionierung so tief wirkt, weil der innere Diktator uns dazu genötigt hat, in eine Richtung des Mangels zu schauen. Und wie fühlt es sich an, wenn du für einen kurzen Augenblick dir erlaubst, dass Geld ohne Lücke, wie der Sauerstoff, wie die Liebe, wie die Freude, wie das Glück, wie die Natur, wie das Wasser immer verfügbar ist. Musst du, es fühlt sich sicherlich sehr befreiend an, musst du dafür kämpfen, um Luft zu atmen? Nein, du kannst nicht einmal verhindern, dass du jetzt Sauerstoff einatmest. Du kannst also all deine Sorgen um deine Finanzen aufgeben und jetzt glücklich sein. oder du hältst noch an der Idee des Mangels fest, dann musst du Geld hart erarbeiten, erwerben und horten und doch wieder Angst haben, dass es irgendwie irgendwann verloren geht. und wenn du das verstanden hast, dass dein Geld, so wie der Sauerstoff, so wie die Liebe, so wie das Glück, niemals ausgehen kann, dann befindest du dich in absoluter Sicherheit, in absoluter Sicherheit, dass dir, aus deiner früheren Perspektive, das Geld verschaffen sollte. Und aus dieser Haltung heraus lässt sich alles viel leichter, wird alles viel leichter zu dir kommen. Und die Aussage, man muss hart arbeiten, um irgendwie Geld zu erwerben oder glücklich zu sein oder mehr Sicherheit zu haben, war niemals wahr. Denn das ist ein Weg, um zu leiden. Und wir haben gestern sehr genau dieses Thema angeschaut, was versuchst du noch durch dein Leiden zu erkaufen? Ist es nicht erschreckend, auf diese Art und Weise, oder vielleicht irritierend, möchte ich sagen, auf diese Art und Weise plötzlich mit etwas konfrontiert zu werden, was bisher für dich in Stein gemeißelt war? Musst du dafür arbeiten, eine Rose anzuschauen? Musst du dafür arbeiten, einen Baum anzuschauen und dich an ihn anzulehnen? Musst du dir dieses Glück, eine Rose anzuschauen, erwerben? Musst du es dir erwerben, Luft zu atmen? Musst du dir erwerben, deinen Liebsten anzuschauen? Es ist alles vollständig da. Die Welt, erneut möchte ich dich erinnern, die Welt ist völlig neutral und du wirst darin vorfinden, was immer du willst. Was immer, welche Überzeugungen du dir immer wieder wahr machst. Und da wir auf subtilste Art und Weise immer wieder leiden und glauben, durch das Leiden, irgendetwas Besonderes zu sein oder etwas Besonderes erwerben zu können, hinterfragen wir nicht, was wir da täglich tun. Du Sohn Gottes. Alles ist frei verfügbar. Alles. Vollständig. Wir können aus dieser Matrix der Hoffnungslosigkeit, des Mangels und des Gelderwerbs und der Sicherheit finden und der Hoffnungslosigkeit aussteigen. Wir brauchen diesen Begrenzten. Jesus sagt dazu Wahnsinn nicht mehr. Es ist ein geistiges Gefängnis. Und wir haben uns hineinbegeben in den tiefen Wunsch, uns davon zu befreien. Und das benötigt natürlich ein Bewusstseinswandel. Das benötigt natürlich ein neues Denken. Ich möchte dich noch mal erinnern. Die Welt ist nicht das Problem. Dein Denken ist es. Geld ist nicht dein Problem. Dein Denken ist es. Gesundheit ist nicht das Problem. Dein Denken ist es. Und so weiter. Und so weiter. Beziehungen sind nicht dein Problem. Dein Denken ist es. Und hier können wir innehalten und hey, was mache ich die ganze Zeit? Gott will, dass ich glücklich bin. Gott der Liebe ist, ist auch das Glück. Und ich reduziere mich hier auf auf ein kleines Sandkorn, das irgendwie in den Unbilden der Welt überleben muss. Ich reduziere mich hier auf einen Sklaven der Zeit, auf einen Sklaven der Arbeit und des Kampfes und des Überlebens und hoffen, dass es noch bis zur Rente gut geht. Ich habe Angst, dass ich krank werde, dann muss ich eine Versicherung abschließen und ich habe Angst, dass ich im Alter kein Geld habe oder nicht zu viel und muss auch hier eine Versicherung abschließen. Ich mache mir Sorgen um meine Rente, ob sie noch reicht. Ich brauche unbedingt diese und jene Versicherung, damit ich abgesichert bin. Ja, der Körper braucht natürlich das alles. Aber du bist kein Körper, aber du bist göttliche Anwesenheit. Und dann machen wir uns von neutralen Dingen abhängig und werden zu Opfern und zu Sklaven einer Geldmaschine. Es ist alles virtuell. Es ist eine virtuelle Welt, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Wir müssen nur unseren Geist öffnen und aus unserer verblendeten Sicht heraus eine neue Definition finden, eine neue Identität. Wir übergeben all das, was uns gewohnheitsmäßig einsperrt und gewohnheitsmäßig unterdrückt. Wir geben all das unserem inneren Führer. Und ich möchte noch einmal dich erinnern, Geld und die Welt ist nicht dein Problem. Dein Denken ist es. Und dir steht alles zur Verfügung. Alles. Restlos alles. Und jetzt lass dein Aberglauben weg. Den Aberglauben, den kenne ich zu Genüge. Den habe ich in meinem Aberglauben, dass dies nicht wahr sein kann, wenn der wüste, glaube mir, ich weiß. Unser Aberglauben ist es doch, der uns genau in dieser Gefangenschaft hält, in dieser Hoffnungslosigkeit. Gott will, dass du glücklich bist. Gott, der Liebe ist, will, der will, dass du glücklich bist. Der will doch nicht, dass du dich auf ein Muss, 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 Muss reduzierst. Und ich sollte, 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 sollte. Lass alles muss und sollte einfach weg. Deine Familie ist versorgt. Du bist versorgt. Das ist jetzt kein Aufruf, deinen Job zu kündigen oder deine Arbeit aufzugeben. Das ist ein Aufruf, deinen Geist, dein Denken zu verändern. Und dann wird automatisch alles von dir abfallen können, an das du dich bisher geklammert hast, von dem du glaubt hast, geglaubt hast, dass es dir Sicherheit gibt. Die Sicherheit ist in deinem Geiste und wer sich in einen, in den Geist der Ganzheit öffnet, der wird doch niemals mehr Mangel erfahren können. Der öffnet sich in seinem Geist für all die Möglichkeiten. Und deshalb ist es heute so wundervoll und heute hast du eine wunderbare Möglichkeit, all deine Leidensstränge, die du dir gelegt hast, aufzugeben. Was möchtest du dir noch durch den Mangel an Geld erkaufen? Wirst du dadurch mehr geliebt? Bist du dadurch anerkannter? Wird dann irgendjemand zu dir kommen und dich trösten? bist du dann Teil einer Gesellschaft und fühlst dich dabei zugehörig? Was möchtest du dir durch den Mangel an Geld erkaufen? Ja, wenn ich genügend im Mangel bin, dann wird Gott mich irgendwann lieben. Wenn ich mich selber jeden Tag klein mache und bukle, dann werde ich irgendwann belohnt. Ist das nicht ein Irrsinn? Sollten wir nicht langsam wirklich aufwachen und zumindest die Dinge anschauen? Denn das, was nicht gesehen wird, das kann nicht geheilt werden. Erhebe dich im Geiste über dein Schlachtfeld des Mangels. Erhebe dich in deinem Geiste über das Schlachtfeld des Kampfes und des Überlebens. Du bist ein freier Geist. Ungebunden und alles steht dir zur Verfügung wie der Sauerstoff, ohne Unterbrechung. Die Liebe steht dir zur Verfügung wie der Sauerstoff, ohne dass es unterbrochen werden kann. Dir steht restlos alles zur Verfügung. Was ist es denn, wenn wir um die Sicherheit auf irgendeine Art und Weise kämpfen müssen? Wir haben Angst. Denn alles, was in der Welt uns eine scheinbare Sicherheit bietet, das versetzt uns in Angst, denn wir wissen, es wird wieder vergehen. Wenn wir uns darum bemühen müssen, wenn wir darum kämpfen müssen und solange wir glauben, dass uns Geld irgendeine Sicherheit gibt, dann hast du schon verloren. Das Geld gibt dir gar nichts. Genauso wie die Welt, solange du sie durch deine kleinen Schlitzaugen betrachtest. Und es gibt nur zwei Bewusstseinszustände, das ist die Liebe oder die Angst. Und wenn ich mit Angst auf die Welt schaue, und du siehst, dass das Ego den Trick Geld sehr gut, sehr, sehr listig darauf anwendet, wenn ich mit Angst auf die Welt schaue, ja dann, wo soll ich da Sicherheit finden? Das ist unmöglich. Dein Denken ist deine Angelegenheit, wie du über die Dinge denkst. Und Gott, der Liebe ist, ist auch dein Glück. Und die Glücklichen können niemals mehr Mangel leiden. In was denn? Das ist unmöglich. Du musst dich um nichts mehr sorgen und du musst um nichts mehr Angst haben. Weil dein Geist sich erhoben hat über diesen dunklen Traum der Angst. Das ist die Einladung von Jesus an uns. Hier erfahren wir wahre, unser wahres Christus selbst. Kann das Christus selbst leiden? Ja, aber wenn ich mich den ganzen Tag mit Leiden identifiziere, dann merke ich nicht, was ich mir antue. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich merke nicht, wie sehr ich mich in eine Kaste des Mangels begeben habe und geglaubt habe, hier finde ich durch eine besondere Leistung Sicherheit. Nichts dergleichen ist wahr, was wir über die Welt denken, über Geld, über Gesundheit und über unsere Arbeit. Wir sind zu konditionierten Sklaven einer seltsamen Geschichte geworden, so könnte man sagen. Denunzierte Sklaven. Ohne es zu bemerken. Die wenigsten bemerken es. Und vielleicht sind heute einige dabei, die sich dagegen auflehnen, was hier gesagt wird. die ihren Aberglauben einbringen und erklären wollen, warum dies nicht so ist. Hör auf mit deinen Erklärungen, sie sind bedeutungslos. Deine Erklärungen, die hast du nun seit Äonen herbeigerufen und hast dadurch deinen Traum des Mangels wahrgemacht. Erkläre nichts mehr. Beginne Verantwortung für dein Denken zu übernehmen. Durchleuchte deinen Geist des Mangels. Durchleuchte deinen Geist, was du dir versuchst, durch dein Leiden zu erkaufen, zu erhalten. Werde nüchtern in der Ausnüchterungszelle des Heiligen Geistes. Sage Ja zum Glassenzimmer der Liebe. Und freue dich, freue dich wirklich an dem, was durch Freude hervorgebracht wird. Durch Mangel kann doch nichts hervorgebracht werden. Durch Freude wird alles hervorgebracht. Freude ist eine Qualität Gottes. Und kann Gott leiden? Kann Gott irgendeinen Mangel erfahren? Erfühle das, was hier gesagt wird, und übergehe es nicht einfach, damit die Angst und die Bilder, die in deinem Geiste sind, nicht mehr die Wahrheit dissoziieren, sondern du der Wirklichkeit ein Ja gibst. Der Wahrheit. Wir haben vor einigen Lektionen gesagt, wir wollen der Wahrheit gegenüber Stellung beziehen. Und so kriegst du ein weiteres Gefühl dafür, was dies bedeutet. Wir wollen unseren grundlegenden Irrtum aufgeben. Und unser grundlegender Irrtum, der wurde hier zumindest ein wenig dargestellt. Und den Rest, den kannst du erfüllen. Lass dich heute berichtigen und sei empfangsbereit für die Liebe Gottes, der dein Glück will. Wir brauchen nur empfangsbereit zu sein. Wir wollen unseren Geist hinwenden an die Vollkommenheit. Wir wollen unseren Geist dorthin wenden, wo wir zu Hause sind. Heiße das Glück will kommen. Heiße den Überfluss will kommen. Und staune, wie sich dieses Dasein absolut verändert. Danke.